Ey, der wache ist aber. Das ist nicht original. Das ist der wild wabbelige Windhosen-Kamerad. Was für ein Ding? Ja. Boah, schon wieder gleich 13 Uhr, ey. Ja. Verrückt. Ich muss auch schon wieder penkeln langsam. Ja. Scheiß Tee. Kaffee. Mir ist Tee. A bit silly. A bit silly. Das ist leid der alten Männer. Weiß Baby S was, wovon er spricht. Okay. Du solltest sie eine Buchstabe schreiben. Was? Look, ich will nicht interferieren, aber ich hatte eine andere Situation mit Linda. Ich habe sie eine Buchstabe gemacht. Und es funktioniert. Ich habe es alles aus, und sie hat mich eine zweite Chance. Ich sage nur, dass ich eine Buchstabe wirklich hilft. Ich meine, natürlich, es geht um dich. Ich meine, ich sage, es war für mich, aber es hat sich nicht... Ich meine, ich sage nur, es ist alles gut. Das ist alles. Du fühlst mich? Ja, ich bin nicht der Buchstabe. Ja, ja, ich meine, es war einfach nur eine Idee. Es ist einfach... Anyway, congrats auf die Baby. Ich bin wirklich glücklich für dich. Danke. Ja. Oh, nö. Oh, nö. Nein. Steht nicht so an. Gleich fällt Frosty wie ein Stein. So, ich bin nochmal weg. Wie geil. Eins, zwei. Oh, nö. Ich komme. Ich bin okay. Ich bin okay. Tschu. Ich habe dich. Okay, ah. Alter. Nicht so schnell. Das schippst du. Du musst gleiten. Okay. Nee. Wirst du den Aufmachen? Nee. Mach mir das weiter. Fuck this. Nee. Ähm. Warum? Könntest du mich mal eben aufhauen? Warum? Warum? Mach mich auf, Mann! Was hast du denn gemacht? Oh, der ist doch alleine abgegangen. Ja, natürlich. Weißt du. Komm, komm. Komm doch mal her jetzt. Wo bist du denn? Ja. Ja, Baby. Komm mal her. Ein Klammergriff. Oh, Mann. Erlübt mich. Erlübt mich. Oh. Weißt du, ey. Manchmal frage ich mich. Oh. Aber das ist nicht einfach Rasten, ne? Wie denn das? Ich weiß, dass ich bei dir nicht. Anstatt den Fallschirm Schleine zu ziehen, den Fallschirm ausgezogen. Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, es ist. So? Was? Habt ihr mich oder nicht? Okay, okay. Ich hab' den Fallschirm Schleinen gefogen, würde ich sagen. Und eine negative Entscheidung getroffen. Komm mal, Mann! Trail nach, von was? Ich falle von einem Schlein und hab' meinen Arm zerbrochen. Stopp, Fragen zu fragen. Was ist das? Du hast deinen Arm zerbrochen? Was bedeutet das? Ich war acht Jahre alt. Also, ich komm' auf jeden Fall nicht mehr zum Landepunkt. Das seh' ich jetzt schon. Ja, schaff' ihn noch. Ja. Ich würd' sagen... Ja, natürlich. Wie ein junger Gott. Das hab' ich gut gemacht fürs erste Mal Fallschirmspringen, oder? Lass mich nur was runter von dir. Habe Angst. Für immer verbunden. Geh' es ruhig, du bist noch immer wieder жив, oder? Ich hab' nur gesagt, ich hab' fast gestoppt. Nein, du hast nicht. Lass uns gehen. Oh, Scheiße. Unser Waffen. Ja, sie sind auf dem Rücken. Du denkst, Harvey hat noch den Diamant bekommen? Ich glaube. Was macht dich so sicher über das? Ich weiß nicht, ich hab' ein Gefühl, ich glaube. Und es ist nicht so, dass es einfach so etwas wie den schwarzen Arlong verkauft. Ich verstehe noch nicht, wie du das davon ausfälligst. Ja, ich bin eigentlich gut an, was ich mache. Prinzessin tritt dem auf den Kopf, Junge. Ja, ja. BAB! Come on, Baby. Danke. Hey, schieß dich da mit bestimmt gleich neuen Fuß. Hallo, Baby. Jawohl, da wird erstmal schön gekifft da unten. Oh Mann, ey. Stay low. Let's flank them. Alright. Aber ich hab' mal ne blöde Frage. Wie ist das eigentlich nachher? Ja, ich hab' da erstmal. Wir können dann da irgendwann einen Bayern spielen. Ich hoff's. Ähm... Sollen wir die erschießen, oder was? Ja, wahrscheinlich schon. Das sind Dreifel. Ja. Ja, also die zwei kriegt man auf jeden Fall. Ich nehm' den blauen. Nee, nimm' den anderen, der hinten läuft. Ich mach' die beiden auf einmal plat. Ja, wir sollten... Der ist zu weit weg, den krieg' ich doch niemals. Ja, warte mal, der läuft gleich näher im Kreis. Boah, Alter. Ich sag' noch, warte. Ausgeregelt. Alter, der ist viel zu weit weg, wie soll ich da hinkommen? Was ist denn los? Das Spiel reagiert nicht. Ich hab' den mit einem flüssigen Hand. So, was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn los da bei dir? Weiß ich nicht. Also, ich bin noch im Spiel. Ja, ich auch. Hä? Ist mein Internet gleich weg oder was? Oh nein, Verbindung getrennt. Sing selber. Nee. Laaaaa. Lalalalalala. So. Ich mach' den rechten und den linken. Achso, ich hab' gedacht, ja. Okay. Drei, zwei, eins. Hallo? Alter, das war mehr wie ein Kopfschuss. War mehr? Das war mehr wie ein Kopfschuss, Junge. Ich geh' unten rum. Vielleicht brauch' ich ne Sonnenbrille zum Schauen. Warum? Ja. Weil ich so scharf bin. Naja. Hahaha. Ey. Hallo? Hä? Ich scherb dich hier, oder was? Ey, das sieht gut an. Jetzt ist er umgefallen. In den Hoden. Ist ja ne hodenlose Frechheit. Kann man die wenigstens looten? Was ist denn das für'n Scheiß? Wie lase ich noch nach, weißt du was? R. R? R wie Rückstoß. Ich spiel' doch mit. Achso, ja, da weiß ich's doch nicht. Dreieck, oder? Warst du denn immer Dreieck? Nachladen? Dreieck? Ich hab' Xbox-Controller, du Nasen. Ja. Achso, Xbox-Controller. Wer hat denn schon einen Xbox-Controller? Ähm. Meine Controller funktioniert nicht. Doch. Xbox-Controller. Dreieck, Junge. Was anders gibt's bei mir nicht. Hey, du. Haha, okay. From here. From here. That way. I want it. That way. Oh, nein. He-Li hat gesagt, ich soll selber singen. Das Problem ist, auch wenn man selber singt, ist es schwierig. Da oben ist ja. Vorsicht. Ich hab' mich letztes erst geschaut. Äh, letztes erstes Ding darüber gesehen, dass selbst wenn du die Lieder singst. Ja, wenn du die Lieder singst, ist das auch schon scheiße. warte 2 1 dafür er muss nur dafür kriegst du keine pizze was aber schließt auf mich hallo ich glaube die leute beschimpft Ich geh nach oben und... Warte, da unten eben. Ich lenk ihn ab. Ja, und dann? Dann kannst du aber wahrscheinlich durch, oder? Weiß ich nicht. Jawohl. Endlich geht's. Sehr gut. Ah, muss ich dann noch im neuen Overlay einbinden. Okay. Hä, was denn? Habe ihn. Ihr hopp ihn. Oh, da kommt was. Hilfe! Ja, warte. Cover me, hab ich gesagt. Ja, ich bring keinen packen mit der Schafschüsse. Nicht mit dem Bruder. Ich hör immer nur mimimi. Ich hör immer nur diese Ausreden. Ah. Ich muss eben mit Maus und Taster zu spielen. Das stimmt besser. Warte. Wo sind denn? Da ist einer. Habe ich. Sag mal, wie viele Kopfschüsse braucht man denn noch? Dass er es rafft. Einer ist noch da. Ah, der versteckt sich. Nee, der versteckt sich nicht mehr. Der schläft. Der schläft auf einem roten Teppich. So. Kann ich jetzt aufhören hier mit Snipern? Nee, da geht's noch weiter. Alle da unten. Warte, warte, warte. Bam. Bam. Nee, eigentlich kann ich ihn nicht treffen. Ja, der eine, ich treffe den ja auch nicht. Willst du mich rollen? Ja. In den Rücken. Hey, da kommt noch mehr. Warte. Nee, cover me. Ja. Cover me. Ja. Ich muss auch nachladen. Hallo. Auf einen Taster. 100 Prozent. Bam hoch. Bam hoch. Ja. So geil gemacht, das stimmt, ja. Ich finde es sehr schön, dass da jeder seine eigene Aufgabe hat. Richtig, genau. Was ist die Räume? Welche? Schon wieder. Nee, da oben steht, der Lust mei. Hä? Was schießt denn hier auf mich? Oh, was? Hallo. In your face. Das müssten alle gewesen sein. Sagt er. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das ist auch immer geil. Warum wollen die das denn wissen? Die sind eine Hellseer. Nein, da kommt eine ganze Armee da noch. Hellseer. Hellseer, alles? Die haben das im Urin. Müssen wir hier in den Bunker rein? Ja, ne? Ah, weh, komm her, jah, 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 jah. Ich meine, hier würden es auch weibliche Intuition nennen. Ah, okay. So, komm mal ran auf den Meter. Komm, Leo. Help me lift this door. Komm, Leo. Ich hätte eben über das Tor. Nee, das ist, nein, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Achso, ich muss die linke Maustaste gedrückt. Vorher muss die linke Maustaste drücken. Jetzt bin ich wieder oben. Alter, will ich los. Na, das ist ja kacke. Hallo. Und nün? Oh, das ist egal. Jawohl. Ey, ich lopfe mich da nicht runter, du. Weil? 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 Ich habe keinen Freiswimmer. Ich brauche noch Schwimmflügel. Achso. Hey, Leo. Hilf mir doch mal. Ja. Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Wait, wait. Wait, wait, wait. Oh, hier ist oder was los? Ich muss ich drauf. Können wir die Sneak? Maus und Tastatur? Nee. Ja, wie machen wir das? Gehen wir laut los vor? Ja, ich versuche erst mal zu sneaken. Das wird zwar nicht lange gut gehen, aber... Was? Nehmen wir recht und nimm dir an. Nein, der... Oh. Okay. Das war... Aber was denn? Warum trifft er mich? In your face. Das war dann wohl nix mit sneaken? Ja, die fählen ja auch. Hier heißt es nur einer. Wer sich wieder hier bemerkbar machen muss, ne? Immer die Leute mit ihrem Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist echt schlimm. Hablo espanol! Ich nix. Nee, ich nix. Oh. Oh. Oh, der hat aber... Kurze Gesichtsbehandlung. Rechts. Rechts. Mich juckt's. Von vorne, ne? Oh, warum brauchen wir ja? Ein paar, ja. Ich nix verstehen. Okay, wir pfeifen wieder hin. Ah! Ja, wenn du nur mittendrin stehst, weißt du? Ich treffe ja nix. Nix treffe ich hier. Ey, ey. Ich auch nicht. So, weg. Next one, please. Mit Kontrolle kann ich überhaupt nicht schießen, ey. Deswegen spiel ich mit Tastatur. Ja, das Spiel ist aber weiß ich nicht. So, komm. Schmeiß' mir die Karre runter. Und jetzt? Ah, okay. Wir sollen wohl den Weg gehen. All righty, then. Den Gedanken kann ich jetzt wahrscheinlich ganz nachvollziehen, aber... Ja, natürlich. Ja, durchs Tor wären wir nicht gekommen. Gibt's denn hier? Waffenwechsel. Jawohl. Was krieg ich jetzt dafür? Ach so. Äh. Ja, soll ich... Oh, ich glaub ich nehm ne Pumpgun. Mit der Pumpgun geht's zur Bankmann. So, ich hab mal kurz aufgemacht. Drei. Zwo. Eins. Okay. Alter, Alter. Drei. Zwo. Eins. Hat der gerade gesagt, du stück Scheiße? Alter, was ist mit ihm? Vamos a la playa. Jawohl. Alarm. Gibt's noch ein bisschen weg, ne? Gibt's noch ein bisschen weg, ne? Hörst du einfach den Hut drüber? Na ja. Aua. Ne, ich glaub, es ist nicht beabsichtigt, da lang zu gehen, oder? Ja, wohin denn? Ach so, ah ja. Scheiße. Ich hab den Weg gefolgt. Und links war er. Wie er sich einfach umbringt. Fürs Team. Wie konnte das passieren? Also, einer nach dem anderen. Erst du und dann ich die Blechung. Alter, ich hör mal. Ah, warte, warte, ich werf doch mal eben was hin, warte. Vincent, catch this. Hier, da raufschließen. Ja, ha, ha, ha. Ja. Ich würd' sagen, es hat sich erledigt. Los mit dem Baller hier. Alter. Ha, 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 ha. Lass mich ruhig da. Oh Gott. Willst du viel drücken? Oh Gott. Oh Mann. Was denn? Oh, verreicht, verreicht. Mann, ich kann das mit dem Controller nicht schießen. Warte. Der ist schon tot. Geh doch mal da weg jetzt. Wo ist denn noch einer? Oh, hier ist noch einer. Arm. So. Oh, haben wir noch mehr? Kein, schau doch. Und, und. Okay, vielleicht war die Schrotze doch nicht die beste Wahl. Warte doch. Da oben sind auch mal welche. So. Krieg ich den da oben, ne? Den hab ich. Ja, doch, haben. Also, ich hab da mit dem Controller gespielt. Ich hab da mit dem Controller, ich will da hab, ging auch das schief. Klar, anfangs sehr gewöhnungsbedürflich, nachher voll chillig. Okay. Ja, normales Spiel, ich bin auch gerne mit dem Controller, aber nicht so Ballerspieler. Man weiß nicht. Das ist so wichtig. Also, ich hab mich echt so an Tastatur und Maus gewöhnt. Bereit? Komm, los, los. Dass ich schon gar nicht mal richtig mit dem Controller zocken kann. Egal, welches Spiel. Oh, Granatwerfer. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht, sollte man in seiner Wille einen Granatwerfer benutzen. Hä, willst du mich rollen, oder was? Natürlich. Wer benutzt das nicht? Oh. Granatwerfer. 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 Also, ihn kann man noch nicht gleich anballern. Okay. Nee. So, einer down. Zweisendown. Was ist denn los? Ah. Oh, knapp. Nase, du da. Alter, wie ich ihn mit der Schrotz erwisch, aber er hat nichts gemacht. So, einer schläft. So, noch einer. New World geht bestimmt auch irgendwie mit Controller. Er wäre optimal dafür. Hoffnung stirbt zuletzt. Die sind alle tot. Ach nee, hier hat noch einer. Jetzt nicht mehr. So, ich gehe heißen links. Hab ihm die Mangel nehmen. Alter, er hat mich gehauen. Zieh, meine. Äh, äh, wie, aber, was ist mit ihr? Jawohl. Siehste? Nee, also, mit einer Schrotflähne macht er aber ein bisschen größeres Loch, würde ich sagen. Als das hier. Aber ich finde schön, dass er die Schrotflähne genommen hat. Das ist eine Schrotflähne. Bis zum nächsten Mal.